So, Kinderchen, weit, oh, das sind schon wieder da? Nächste Folge, die sind wieder da. Meine Freundin wird nicht sterben, weil es ein dummer Code ist. Erinnere dich, May, sie benutzen die Namen der wunderschönen Menschen. Ich muss mich konzentrieren. Wenn wir nicht Juni schnell finden, wird sie sterben. Wir sind knapp, Juni, glaub mir, sie werden dich nicht holen. Warte, 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 warte. Oh! Wann ist der Bodybuilder? Geh doch mal einen Schritt nach der Seite. Was kann man hier machen? Nichts? Juni braucht mich wirklich, Sven. Wir müssen sie verraten. Ja, dann stirbt sie halt. Meine Fresse, warum muss das denn auch so... Scheiße sein. Geh doch mal bei Seite, Oshiii! Alter. Die kann man einfach mal so nichts machen, ne? Hey! Du musst zu stoppen, Video-Games zu spielen. Boah, nervig, ey. Ich glaub, wir haben schon verkackt. Das Problem ist, Leute, wenn wir das hier verkacken... Oh, geh doch bei Seite, Oshiii! Dann ist sie tot. Dann dürfen wir die ganze Shit nochmal von vorne anfangen, ne? Ich... Nein! Ich... Wir haben in! Juni, verdammt! Schlimm, Sven! Oh, geh doch beiseite! Nein! Geht nicht mehr! Juni, Juni, Sven! Wir sind da, wir haben es geschafft, rechtzeitig. Ich kann nicht hier bleiben, während Junes Leben zu riskieren. Sie ist meine Freundin. Ich liebe sie. Ich kann nicht ohne sie leben. Wir werden sie suchen. Wir werden sie zurückbringen. Meine Freundin Leben ist an der Steine, Finn. Wir müssen gehen. Ich habe ein paar Gehirn. Was passiert jetzt? Ist das Spiel abgestürzt oder sowas in der Richtung? Das Spiel ist abgestürzt. Oh Mann, Leute. Ich glaube, da ist was abgestürzt. Wir sind in Junes Zimmer gelandet. Nachdem das Spiel jetzt mit zweimal abgestürzt ist. Ich weiß nicht. Junes ist nicht hier, wa? Schade für Junes. Wir hatten es aber noch zeitlich geschafft. Wieso komme ich nicht hier vorbei? Hallo? May? Lassst du mich mal durch, okay? Wir öffnen. Why not to? Schau drauf. Auf Maul! Ich wollte fragen, kann man so eine fette Ausweichrolle eigentlich machen? Hat er die Spritze am Start? Ne, hat doch einer. Jeder hat eine Spritze. Äh, ja, 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 ja. Warum dreht sich? Achso, ich habe mich auch für den Film entschieden. Äh, war mit Dings, ne? Könnten wir da was bewerkstelligen mit? Spritze ausrüsten? War das nicht irgendwie? Wie war denn das nochmal, die Spritze ausrüsten? Normalerweise doch mit Dings. Wieso haben wir die Spritze denn nicht? Also, die haben wir nicht, die Spritze hier. Können wir jetzt das Blut jetzt gar nicht holen vom Herz da? Wie doof. Warte, gehen wir einen Schritt beiseite. Penner. Ah ja, siehst du, geht doch. Ich glaube, sie hat es ganz schön fett getroffen, ne? Warte mal. Ah, Serum ist noch nicht fertig. Scheiße. Sie ist tot! Natürlich ist sie tot. Das sagt sie dann einfach mal so nichts, ne? Geht in Ordnung, dass sie tot ist. Haben sie ihr die Haut abgezogen, oder was? Es ist Jude, sie ist tot. Was? Was ist passiert? Mei? Mei? Nein, Jude! Nein, ich kann sie weg. Nein, ich kann sie weg. Mei, bitte, wir müssen gehen. June. Okay. Boah, ist die Musik übertrieben, ne? Meine Fresse. Audio, kann man da nichts ändern? Nein, du kannst nicht, das, also Audio kannst du dir nicht ändern in diesem Spiel. Der Hammer. Verstehe überhaupt nichts, Amy müsste sich das mal ansehen. Alles klar, Amy. Schau es dir mal an. Untersuchen. Nicht dein Ernst. Nein! Friggen Parasite! Ich frage mich, ob Mei es gut wird. Sie wird uns brauchen, das ist sicher. Im persönlichen Ernst von Luciano! In der Nummer, muss man rein. Da muss es rein. Hallo? Ja. dû composer? Ja. Mach das! passt alles wunderbar zusammen hier sie ist ein künstler sie hat eine karte entschlüsselt 0108 das war das passwort für einen gewissen raum wahrscheinlich was geht es hier längst nichts ok hatte amy warte mal wir müssen oder zugreifen amy hatte doch die knalle gehabt ich verstehe nicht warum das immer hier alles durchgewechselt wird das sind sachen die sind die die sind mir wir sind mir ernsthaft echt ein rätsel warum das nicht so bleibt und hat er jetzt die die tür ist durch den kot verriegelt eins warte mal ach kacko warte mal genau kann ich mal bitte wie kann ich hier bei der tippen hallo was war es 80 net noch mal scheiße hatten wir nicht hatten wir nicht wie war das denn noch gleich objekte da hatten wir das checken wir aus hier nein das war verkehrt auch kommen musst du dann ganz vielleicht wieder ganz rausgehen ach 1 0 auch wenn du den 1 0 1 0 8 Nehmen wir mal den. Hat die nicht mitgenommen? Hat er die mitgenommen? Ist auch ein kleiner Husu. Ja. Geil. Egal. Oh Gott. Oh, nicht schlecht. Es ist okay. Ich habe eine Dose von Serum. Es ist okay. Es ist okay. Okay, okay. Okay, okay. Ich liebe Knöpfe. Ich liebe Knöpfe. Aber wir brauchen die Serums. Los, trinken die Serums. Du musst es nutzen. Das funktioniert schnell. Yes, es walks very fast. Ist das keine Schrottmotivation? Schade. Krankenzimmer. Ich sehe schon wieder so ein Ladestrich an meinen Dings. Ich dachte gerade, jetzt kackt mir das Spiel wieder ab. Keine Ahnung, was mit dem Spiel los ist. Geh mal nicht rein. Geh mal weg, Digga. Geh mal auf. Leer. Geht nicht. Geht nicht. Das geht. Die 100... We ought to keep that. Ei, ei, ei. Hat es nicht geschafft. Na, so wie der aussah hier. Es ist ja auch kein Wunder. Aber es hörte sich viel mal an, als wäre hier irgendwo eine einzelne Lunge irgendwo. In dem Schrank befindet sich Erste-Hilfe-Untensilien. Okay, ich dachte mal... Scheißdreck. Du musst die zwei... Die Karte zweimal durch. Und zwar haben wir Karten? Nee. Haben wir nicht, ne? Geh weg. Uschi. Haben wir hier Karten? Röntgen. Fällt uns hier irgendetwas auf, Leute. Röntgenbilder im Fernsehzimmer. Mhm. Röntgenbilder im Fernsehzimmer. Okay, warte mal. Schauen. Trage an die... Warte, mein Lieben. Corey, wir brauchen Magnetik-Karten, um die secure-Area zu accessen. Echt jetzt? Echt? Brauchen wir die wirklich? Wär ich ja mal so gar nicht drauf gekommen, Mann. Ah, der Elevator ist jammed. Ja, ich arbeite gerade dran. Auf Hochtouren. Mädchen. Du kannst mir helfen, wenn du willst. Okay, warte, ey. Lauf in der Tür. Okay. Die Tür sind wieder gekommen. Ich dachte, das wäre ein Motivationsbild. Hier wurde die Zahl geändert. Hier unten ist ein... Hier unten ist doch was. Da guck mal. Unter dem Dings ist doch was versteckt. Kann man sich nicht bücken oder so? Wie dumm. Da unterliegt unter unserem Bett doch irgendwas. Das ist einer dieser Schlüssel. Die wir da brauchen für diese komische Kiste. Im Campus. Aber der kommt mir nicht ran, ja? Kannst du dich bücken, Baby? Kannst du dich bücken, bitte? Ne, kann sie nicht. Außer schade ist. Wieso kann man ja nicht ran an diesen Schlüssel? Das ist nicht doof. Das finde ich total doof. Das erschließt sich mir nicht. Hier komme ich durch. Der Raum ist ja verschlossen. Der Raum ist ja auch verschlossen. Ich bin ein Teddybär. Ich bin ein Teddybär. Ich bin ein kleiner, dicker, fetter, dummer Teddybär. Oh yeah. Teddy, 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 Teddybär. Alter, bitte. Wuhu. 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 Du musst mich verarschen jetzt, oder? Komm runter, du Flachnase. Auf was zieht er denn? Ist ja doof. Hör auf zu heulen. Ich will nicht, mag das nicht. Ich muss immer auch gleich mitweinen. Wäre irgendwo Hoppen machen? Oh, bitte steh mir. Sag doch mal, hast du nichts Besseres zu tun? Au. Du bist wirklich ein Verrückter. Ja, du auch. Geh doch mal an der Seite. Fuck. 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 Midi-Pack wäre mal geil, Alter, wenn sowas drin wäre, ne? Wer hätte damit gerechnet, dass du scheiß Tür blockiert hast. Aber er kann doch da solche Akrobatik machen, ne? Wird man. Gibt es denn irgendwie eine andere Möglichkeit, wo er so einen Akrobatik zaubert? Hier rüberjumpen, Alter. Spring. Alles klar. Gut. Und jetzt? Das hast du sehr gut gemacht. Spring. Oh, dear. Spring. You attended Athletics class, Corey? Actually, my girlfriends never lived on the ground floor. And their dads didn't like me. I wonder why. Hey, don't forget, I'm here. Was ist das hier? Das ist eine verkackte Kurbel, ja. Öffnen, leer, leer. Ich drück doch. Wat? Er macht doch schon. Wat bewegt sich gar nicht? Gar nichts, ne? Ach da, jetzt seh ich das. Die Musik wieder, Alter. Wieder hoch, Mädchen. Jeez, Amy. Don't poke my eyes out. Keep your eyes on my face. Not anywhere else. Okay. Das haben wir gut hinbekommen. Oh, Gott. Berecht mir endlich. Mann, ich hab doch die ganze Zeit ein anderer Wasser ausgelöst. Und Midi-Pack wäre dann mal richtig gut für ihn hier, für den armen Junge. Was war dat denn für ein Viech, Alter? Hör mal. Alter, das ist ein armes Ding. Das war weit weg von ein armes Ding. Das war hässlich wie die Nacht. Puh. Ah, viel besser. Viel besser. Motivation aufgebraucht. Corey, wir brauchen magnetische Karten, um die steckenden Umgebung zu erreichen. Boah, weißt du was? Wenn du mich noch einmal dran erinnerst, ne? Denn wird... Ach, guck mal, hier haben wir eine. Ah, guck mal, hier können wir speichern. Dann machen wir Schiko-Freude, Kinderchen. Das ist ja geil. Das haben wir gut hingekriegt. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und Tschüssli. Müsli. Tschüssli. Tschüssli.